Das ist Basir. Seit er diesen kleinen Unfall hatte, muss er sich dauernd die entscheidenden Fragen des Lebens stellen. Nummer 27. Warum ist der Ort, den man auf einer Karte sucht, immer im Knick? Du musst diese Kugel aus deinem Kopf rauskriegen. Möglich. Der Arzt hat gesagt, hat jemand eine Mönze? Kopf! Okay, ich lass sie drin. Soll er eben die Metalldetektoren am Flughafen zum Piepsen bringen? Der neue Film von Jean-Pierre Genet, Regisseur von Delikatessen und Amelie. Da gibst du Familie, die adaptiert dich. Hier wird gesammelt, sortiert, repariert. Schon meine Mutter hat immer gesagt, hüte dich vor den verdrehten Frauen. Ich bin nicht verdreht. Ich bin eine sensible Seele in einem flexiblen Körper. Ich weiß jetzt, von wem die Kugel ist, die in meinem Kopf steckt. Den will ich jetzt heimzahlen. Kann mir bitte jemand dabei helfen? Wer von Amelie verzaubert wurde... Wo bist du hin? Dahin, wo du hingehst. Und mit den Stüss gelacht hat. Also dann nageln wir sie fest. Oh, ähm, im übertragenen Sinne... ...wird diesen Film lieben. Ich hab eine Lieferung für Monsieur... Wie sehen denn Beweise aus, mit denen man jemanden erpressen kann? Na, ist vielleicht ein Video, Fotos, na das kann alles Mögliche sein und überall rumliegen. Danke für die überaus genauen Angaben. Gern geschehen, kein Problem. Danny Boone aus den Stieß. In der französischsten Komödie des Jahres. Mick Maxx. Noch einen. Noch einen. Demnächst im Kino. going. Der französisch. Find a uns mal.